Wenn wir darüber reden, dass der Song sich überhaupt nicht wie Jump Tradersch anfühlt, das fühlt sich wie so ein ganz normaler Radiosong an. Das hat für mich irgendwie Geist mit GED zu tun. Also nicht, dass der Song schlecht ist, den kann man sich wohl anhören, aber es ist kein GED-Song. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020